Ja Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu dem kleinen Tutorial hier, wie man Requisitenjagd in Cold War spielt. Ich werde immer wieder in den Kommentaren gefragt. Ich habe zwar schon mal vor einem halben Jahr oder so ein Tutorial dazu gemacht, aber ich will jetzt nochmal ein neues machen, was nochmal ein bisschen professioneller aufgenommen ist. Damals habe ich noch ziemlich, wie soll ich sagen, mit den einfachen Mitteln aufgenommen. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal, wie ihr Requisitenjagd spielen könnt. Einmal, wie ihr es online spielen könnt gegen random Leute und einmal, wie ihr es mit euren Freunden spielen könnt. Als allererstes zeige ich euch, wie ihr es mit euren Freunden spielen könnt. Und zwar geht ihr einfach hier auf eigene Spiele, ja. Ihr könnt euch dann eine Karte aussuchen. Moment, wir suchen die Karte gleich aus. Wir machen als erstes mal den Modus, ja. Hier geht ihr runter bis zur Requisitenjagd. Wählt ihr aus. So, da stand jetzt ungültig, weil nicht jede Map ist mit dem Spielmodus kompatibel, ja. Äh, ihr könnt jetzt hier beim Map auswählen, könnt ihr sehen, welche alle gehen, bla 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 bla. Hier die kleinen Maps gehen nicht. Und manche Maps, also die kleinen Maps gehen alle nicht. Und manche Maps gehen einfach random nicht, was ich schade finde. Wie zum Beispiel Drive-In. Wäre eine mega Map für Requisitenjagd. Genauso wie Slums, was in Black Ops 4, wenn es da Requisitenjagd gibt, immer spülbar ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum es hier nicht geht. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch dann hier eine coole Map aussuchen. Beispielsweise Collateral. Dann noch ein kleiner Tipp. Das rote Team fängt immer an zu suchen als erstes, ja. Also wenn ihr jetzt hier, ich bin jetzt alleine, aber wenn ihr jetzt hier noch einen anderen Spieler habt, könnt ihr tauschen, dass ihr quasi im roten Team seid. Das funktioniert hier. Spieler bewegen und dann einfach ins rote Team, ne. So, jetzt bin ich im roten Team. Und jetzt würde ich als erstes suchen, äh, was glaube ich, als erstes mich verstecken. Ja, habe ich eben suchen gesagt. Auf jeden Fall, die roten verstecken sich zuerst, ja. Das war es auch schon. Dann drückt ihr einfach noch auf Spielen und dann spielt ihr mit euren Freunden Requisitenjagd. Eins gegen eins oder wenn ihr mehr Leute seid, eben gegen Team. Alles klar. Ich denke, das war verständlich. Ich verlasse die Lobby. Als nächstes zeige ich euch jetzt, wie ihr online gegen random Leute spielen könnt. Und zwar geht ihr einfach hier auf Partyspiele, ja, und dann auf Requisitenjagd. Und schon sucht ihr eine Lobby und spielt online public Requisitenjagd. So einfach ist es. Ich verstehe nicht, warum es immer wieder Probleme damit gibt, aber für die Leute, die Probleme damit haben, mache ich jetzt hier dieses Video, damit auch ihr in Zukunft problemlos Requisitenjagd spielen könnt. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat oder eins von beidem, dann gebt einen Daumen hoch. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, schaut bei TikTok rein und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut. Ciao.